mit rambazamba durch die gamowelt hallo und herzlich willkommen ich bin es wieder euer tom thompson mit einer folge life is strange endlich mal wieder nach langer zeit ich habe jetzt vor gestern vorgestern habe ich ja das letzte test von blendezeit 2 aufgenommen jetzt möchte ich das projekt life is strange noch zu ende bringen und danach werde ich mich erst wieder mit final fantasy befassen da ich jetzt erstmal nach diesen zwei monaten wieder reinkommen muss und ja dann schauen wir mal ich weiß gar nicht mehr was passiert ist wie es was war wie es weitergehen wird das werden wir jetzt alles sehen und ich bin sehr gespannt es war ja sehr nervenaufreibend was da alles passiert ist einige sachen die da sehr krass waren wie mit dem rollstuhl und so weiter und mal schauen wo wir waren ich weiß es gar nicht mehr so da geht schon los ich hoffe nathan enjoys his last party chloe we can go right to the cops we have proof fuck the police rachel wanted us to find her so we could get real justice and revenge the prescott's have had this coming for a hundred years and nobody is going to get in my way especially with your help right all right i'm with you to the end chloe you know that you're right look at the outline i can't tell if they're different what is that jesus chloe look up at the sky beautiful i don't give a shit the world is ending cool you're not listening something major is going down that's right nathan prescott is going down welcome to the end of the world ladies i'm glad you decided to escort me you look really good warren are you all right after today i really flipped out on nathan i just hate bullies and max he's dangerous where is he i didn't see him at the dorm again i was held up in my room dude have you been drinking well if you consider a half a beer drinking let's go max hey hey i know this is a bad time but can i get one picture i've been feeling like this might be actually the end of the world so i want to have something for prosperity well i don't blame you warren i know i know i'm painting the booty just one picture uh action we've got no time for this come on max sorry i just wanted to feel like a normal student after this week's ultra violence i never hit anybody like that before i was always the one getting my ass kicked hey we still need your expert help if you see nathan text me immediately okay and do not let him see you you won't you won't i know how to be invisible here not to me warren text soon hi can i take your code or anything no i didn't see any tablet with cat pics okay okay where the hell are you so okay dann geht's schon los ja genau und zwar waren wir da gewesen wo der ich hab den namen jetzt gerade vergessen den nathan auf die schnauze gehauen hat so richtig extrem uh hi stella hey max welcome to the end of the world do you want me to check anything in uh no thanks stella have you seen nathan yet no thank god that boy creeps me out wait some girl just asked about nathan before you came in what girl she had blue hair dressed like a punk i've seen her putting up those rachel amber posters i'm stuck here so i'm sorry i can't help you so why are you working at a vortex club party i didn't think you wanted to be a member screw that i'm here for the job who hired you mr jefferson asked me because he knows i don't have a lot of money even with my job and scholarship i'm not cool enough for this school yes you are stella you're smart honest and you bust your ass for blackwell i hope everything turns out your way in the end well thank you max i really appreciate that hey your face looks so intense are you okay and no i'm actually not okay i i just need to find nathan and don't get too close if you see him hell no this is homework not a party i'll text you if i spy good luck okay ja ich wollte noch mal auf den auf die zwei munde eingehen es ist schon sehr krass also dass da die zwei munde waren vielleicht hat das was damit zu tun dass ich zwei verschiedene wie soll man sagen zeiten sozusagen ineinander begeben und dann das übelste chaos entsteht dadurch gute party hier aber die ich glaube nicht sie zwischen diesen Kumpel und die Feindlichen enttächtigen und die in der Eintracht ist ein sehr guter Kippen Max für die Uhr mit Persönlichkeit Ja, keine Ahnung. Nichts Wichtiges, würde ich mal sagen, weil das muss ja nicht jeder wissen. Well Luke, manchmal dreams come true. Warren gave him an epic beatdown. Yes, give it up for brother Warren. Now all we have to do is drive all these goddamn Prescott vampires out of town. Um. That'll be hard to do when the Prescott's own the town. And the Vortex Club. I call it the Vortex Cult. Look at this crap. Dresscode? VIP Section? Elitist Bullshit. Preach it brother Luke. Okay, I have to get going. Thanks for seeing me. No, thank you. For helping Kate. And for keeping it real. Peace out. Yeah, the Kate didn't have anything to do. It's good. Voll in die Lage. Warte mal, können wir, können wir da vielleicht helfen? Ach, das ist die wieder. Ja, genau. Dir haben wir doch schon jetzt tausendmal geholfen. Alyssa, incoming! I'm on it. Woah! Of course, my object angel is stuffed up every single time to protect me from the cruel world. Thank you again, Mystic Max. Ja. I'm surprised to see you here. Ähm. Wir fragen mal erstmal nach Nathan. Alyssa, I have to find Nathan. Have you seen him? I really don't know, but surely in the VIP section. Like it's a New York club. Thanks, Alyssa. Watch out for yourself. So. Why, when I have Max Caulfield at my side. Good luck. Yo. Wir haben die jetzt, glaube ich, in drei oder viermal vor irgendwas geschützt. Wenn ich mich irre. I'm so not impressed by this VIP crap. Excuse me, but I'm going in. Sorry, but this is the VIP section. Members only. Okay? Sorry, but I'm on the list. Okay? I know that Max Caulfield is not on any list for the Vortex Club. Nice try. Listen. No, you listen. Courtney is supposed to be the VIP gatekeeper, not me. So please go. I need to find a way to enter this bullshit club. Okay. Wie kommen wir da jetzt rein? Ich hatte mir grad gedacht man klaut die Liste, schreibt den Namen drauf, aber das wird wohl so nicht möglich sein. Schauen wir mal, dass wir die Courtney oder wie die hier ist finden. Hey Max. What are you doing in here? If I get sick now. I can drink more later. Energy drink in Everclear! Oh god, my stomach! Yo, Maximum Overdrive. About time you got here to save this lame rave. Wanna get ripped? Uh, you look pretty ripped already, Justin. And not happy. Why did you even come tonight? Where else could I go in Arcadia Bay on a Thursday night? This is my last Vortex Club party! Besides, Dana is here. Not again! She's not with me. So yes, this party sucks. Hm. Speaking of, have you seen Nathan? Oh, he should be freaking out in the VIP lounge with that whore Tex Club. Fucking hate those snobby douchebags. Especially Nathan. That dude is gonna go on a rampage soon. You might be right. So, stay away from him tonight, okay? Spread the word. Max, I know I'm twisted, but your face looks so fucking intense. And your voice sounds different. You okay? How about a quick dab? Uh, no, I'm cool, Justin. And I have to get going. Maybe you should go chill somewhere else. Fucking A, Maximus! You're right. I'm only torturing myself here. Plus, I'm too loaded. It's time to get my board and grind. Ja, dann hüpfen wir. Ja, voll der Kiffer. Zieht sich ja voll den Stoff rein. Vor allen Dingen, warum? Hä? Warum sind hier Kerle? Warum sind hier Weiber? Warum alles auf demselben... Rose! How did this even get here? Yes! You've been vomiting for like an hour! Somebody's either having sex or throwing up. Maybe you're not the only one who has to get sick. Ugh, Max! If you don't wrap it up, we're coming in, sister! Ich seh auch grad irgendwie kaum was, weil mir die Sonne hier extrem auf dem Bildschirm scheint. So, den Pisser möchte ich da nicht unbedingt anquatschen. Den auch nicht. So, ähm... Okay, ich kann hier gar keinen weiter anquatschen. Warte mal. Ähm... Kann ich den hier quatschen? Nee, der ist auch harte. Die sind alle total stockbesoffen. Kann ich ins Wasser? Nee. Wie komme ich durch diese Kacktür? Ist jetzt die Frage. Der habe ich schon gesprochen? Den habe ich auch schon gesprochen. Ja. Hey, Courtney. How are you? Max! Our guest star arrives fashionably late! Say bonsoir to the end of the world. Even though you flaked out my party makeover, you still get special access to the Vortex Club VIP lounge. You better let your minion know since she won't let me pass. Oh, that little asshole just made her last mistake. She thinks she's Victoria. Buh-bye. Now, let's go make an official VIP entrance, Max Factor. Get it? Hey, Sarah. Um, do you know that I personally put Max's name on the list? So, you like decide to block her from coming in while I'm taking a break? You're not in charge here. Wait, I just... Oh, my God. You're done. And you're off the list permanently. Welcome to the Vortex Club. Jawohl. Da sind wir drin. Da drin ist es echt arsch dunkel. Da steht ne Bong. A Bong. Give me a break. Ja, ich meine, dass die nicht kifft. Das ist ja klar. Das haben wir ja schon wirklich recht. Also, ich würde es von ihr jedenfalls nicht, äh, vermuten. I think my photo is very powerful. But we'll see. Victoria, your picture so has to win. Yeah, that would be wicked. Uh, did you hear something? Did you hear something? I'm trying not to. Oh. I know Victoria is next on Nathan's hit list. You dance worse than my dad. Should I warn her? But can he do this? Okay, now that's hot. Bust the move. Traffic 2, electric boot. Sorry, Max. Vortex Club members only. Sorry. I'm on the guest list. I'm taking you off. Go fuck yourself me, Victoria. I don't have time for this bullshit. Real cute, Max. And after I apologized to you the other day. Do you even have a clue what's going on at Blackwell? Kate Marsh killed herself in front of you and me, everybody here. That's not my fault, Max. Don't you even try to blame me. Doch, du bist schuld. Oh, I will. You didn't help Kate at that party. You knew she was totally wasted. Then you sent the video to everybody just to twist the knife. Wow. Are you kidding me? I didn't make her drink that wine. Nobody pushed her tongue into everybody's mouth. I watched her, Max. Then shame on you. And you know Kate was dosed, no matter how much you deny it. That's why she ended up on that roof. And you made sure to take one last video of her, right? I deleted that video from my phone, Max. I didn't know what to do, okay? Sorry. Oh, I bet that comforts Kate's family. I don't even know how you sleep at night. I'm not perfect, okay? I'm a teenager at an art school. I'm only here to become a photographer and get famous. You did not just say that. I can't wait to see you choke when Mr. Jefferson selects my incredible photo for the everyday heroes content. Uh, yeah. I saw you try to blackmail Mr. Jefferson last night because you're so incredible. That was so pathetic, Victoria. Uh, no, creeper. We were talking about the contest. You didn't even enter a picture, so stop acting like you care. Like Mr. Jefferson gives a shit about you either. I mean, have you ever even watched his body language when you try to cuddle up to him? Sad face. Ha, ha! By the way, nobody says we have to be friends, Max. Yeah. Good old. Good. I have real friends. I wouldn't want a fake one. Oh, right. You're the faker acting like you cared when I was covered in that paint. Who do you think set up the paint can to fall? It wasn't Samuel, dumbass. You did that? You bitch. You could have killed me with that fucking can. I almost got that freak Samuel fired. And that would have been bad. You're right, Victoria. For once. You actually think you're better than me. No fucking way. I guess I'll never be a member of the Vortex Club. No bitch. You won't. I'm wrong. I might find no one friend. No one is missing out on me. Just because I don't need something to die. And I won't be scared of them. So I'd recommend you to see that. And then, the other side is, what's going on now. What's going on next year? I'm going to see that. You're right now, I'm going to see that. Auch wenn ich die Alte gar nicht leiden kann. Aber ich bin nicht hier verletzend. Entschuldigung, aber nein. Keine Weise. Nathan ist wie ein meiner besten Freunde. Ja, er machte meds ernsthaft. Aber das ist nicht seine Schuld. seine Familie ihn wie ein totaler Freak, nur weil er kleine Meldungen hat. Sie sind nicht mehr klein. Sie sind totale. Ich weiß nicht, ob Sie mich lieben oder nicht, aber Sie müssen mir glauben. Ich glaube nicht, was Sie sagen. Sie sind voll von Schein. Oh, hallo, ich bin Max Caulfield und ich bin so sensitiv, dass Butterflies mich schreien. Jetzt hören Sie bitte? Nein, ich will nicht. Du bist nur schuldig, weil du nicht eine Fotos in den contesten hast, und der Herr Jefferson wird mich wählen. Ein realer Artein hätte sich verletzt, aber du willst nur deine kleine Retro-Selfie. Das ist so schuldig und schuldig, Max. Du gehst eine Community-Kollege. Vittoria! Bitte nicht das. Especially nach dem, was mit Kate passiert. Kannst du sie sehen? Das ist dein Problem, Max. Das ist eine Party, und es ist der Ende des Welt. Also, ich werde mich so verletzt, dass auch du mir nicht mehr verletzt hast. Ich werde Nathan wissen, wenn er endlich kommt. Adios. Au revoir. Okay. So, wir haben noch ein paar Minuten. Wo bist du, Nathan? Ich besser gehst Chloe. Ja, Chloe steht vor mir. So, mal sehen. Wenn sie jetzt speichert, dann werde ich die Folge dann jetzt beenden. Niemand hat ihn heute Abend gesehen. Er ist definitiv nicht auf dem Weg, oder in den Lockern. Damn! Vielleicht ist er in seinem Dorf. Dann gehen wir. Nathan kann nicht mehr. Also, du hast es geschafft, Max. Oh, uh... Hey, Mr. Jefferson. Oh... Sie beide okay? Sie sehen, wie Sie auf eine... ...mission. Oh, uh... Ich war nur... ... für Nathan. Aha. Ich wusste nicht, dass du mit ihm waren. Ich habe ihn nicht gesehen seit dieser Nacht. Er... Er ist ziemlich verletzt. Ich glaube, er ist noch ziemlich verletzt über... ... die... ... die ganze... ...Kate-situation. Ja. Das macht Sinn. Wir sprechen später, Max. Ich muss den Wintern der Konferenz. Ich wünsche dir, dass du gewinnen würdest. Du musst den Resummen und Portfolio aufbauen, aber... ... ich weiß, dass du wirst. Danke. Ich hoffe so. Okay. Entschuldigung. Ich bin fast auf. Ich wünsche dir die Hausten hier, Max. Okay. Fragen Sie sich doch. Danke. Danke. Ich gritte. Danke. Danke. Ich gritte. Ich mag es. Ich verstehe. Ich will nicht in die Lage, aber es ist Zeit, ... die gewinnen von den Overalls-Kermikasen Seminar. Before I do, I want to thank everybody who entered their photograph and everybody who thought about entering. Now this is the most important step in being an artist, sharing your work with the world. All of you represent Blackwell Academy and everything our school stands for. As far as I'm concerned, you're all everyday heroes. The envelope, please. And the winner is... Oh my, what a shocker. Victoria Chase. Oh my God! That was wonderful. Thank you so much, Mr. Jefferson. It was your incredible photography that brought me to Blackwell and I hope I can live up to your name and fame. I also want to thank all the students for being so dedicated in their pursuit. And I'd like to dedicate this prize to the memory of Kate Marsh. She was the real everyday hero of Blackwell. Thank you. You suck, Victoria! Victoria won. Big surprise. I can't believe she blackmailed Jefferson. Yes, I can. Who fucking cares? Rachel is still dead. And I want Nathan's punk ass now. Me too. Let's go check out the dormitories. Okay. We'll see you in the next episode. We'll see you in the next episode. Game of Thrones. Game of Thrones. großartig zu machen vielleicht mal hier und da ein paar aber dass wir die story dann zu ende gespielt kriegen und dann sehen wir mal was mit dann machen palettes tests werden noch kommen und ja mal schauen wenn es euch gefallen hat lasst doch gerne like oder auch abo da wenn ihr möchtet und ansonsten viel spaß bis zum nächsten mal ciao